Das Klangforum zu Gast in New York sei für alle ein Erlebnis, meint Martha von der gastgebenden America Society am Rande der Proben. Neue Musik hat in New York natürlich einen festen Platz. Die Stadt sei selbst so etwas wie ein großes zeitgenössisches Konzert. Es ist eine sehr höhere Stadt, es gibt jetzt einen Zuhörer, es gibt Menschen, es gibt Menschen, es gibt Menschen, es gibt Menschen, es gibt Trucke, es gibt Trafik, es gibt Subway, es gibt Taxi-Horns, es gibt Busse. Und dazu nun also der Konzertabend mit den Kompositionen von Daniel Peter Birow. Angefangen mit dem Stück Kadavar für Stimme und Elektronik. Über das Streichquartett Liskor-Vellischkoach. Bis hin zu dem Stück Nullares Singularis, der Komposition, die sich mit der Ethik des Philosophen Spinoza auseinandersetzt. Nullares Singularis. Und das war das erste Konzert auf der Amerika-Reise. des Heidelberger Klang-Ferens. Und offensichtlich hat es gefallen. Und damit ging der New York-Aufenthalt des Klangforums zu Ende. Auf nach Kanada! Auf nach Kanada! Auf nach Kanada! Vielen Dank.